5. Stimmt. Viel Spaß. Wie geht's? Bäh. Na hopp, Leo. Hopp, gepieseln. Um 3? Um 3? Jetzt haben wir 9.15. Darf ich dich schon stören? Nein. Nein? Okay. Bis nachher. Hallo Emi. Wie geht's dir? Dimm iches Tömer. Ja, wir sind hier. Wie geht's dir? Emi, bist du auch wach? Emi. Bist du wach? Guten Morgen. Der ist schon lange wach und nervt, Leo. Nervt nicht. Not ist so mega gut, so mega gut. Gibt's nicht. Xarok, du bist ja wach. Ja, ich bin wach. Und natürlich am PC. Erster Gang am Morgen zum PC. Erster Check-Up, genau. Dann begrüß doch mal alle. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Xarok. Yay. Sein Daily Vlog am Wochenende. Was steht heute so an? Frühstück steht an. Erstmal Frühstück. Du musst arbeiten. Dann muss ich hier arbeiten. Einkaufen müssen wir. Einkaufen müssen wir. Wohnung ein bisschen auf Vordermann bringen. Wohnung ein bisschen auf Vordermann bringen. Grüne Farbe kaufen. Was, grüne Farbe kaufen? Grüne Farbe kaufen. Was? Wieso? Ich hätte gerne grüne Farbe für die Wand. Ach, du willst die Wand anmalen? Meinst du, das funktioniert? Ja, ich glaube, das funktioniert. Besser als der Greenscreen? Ja. Wo ist der Fokus hin? Ah, hallo. Willkommen zurück. Hi, willkommen zurück. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Xarok. Okay, ja gut. Frühstück. Dann mach du mal fertig. Ich schau mal nach Frühstück. Eigentlich würde es jetzt Semmeln geben, aber ich war gestern nicht einkaufen. Jetzt gibt es das hier, aber die sind mini. Schauen wir jetzt mal in meiner Hand. Die sind leider sehr mini. Und Müsli dazu. Irgendwie so Cerealien. Tü-ta-tü-ta-tü-ta-ta. So. Wir gehen essen. Frühstück. 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 Donuts. Wir haben Donuts. Wir haben Donuts. Donuts. So. Machst du da auch gleich einen Donut? Ja, dann mach ich auch einen Donut. Oder Donut am Boden. Donuts. So. Ich setz mich mal. Donuts. 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 Heute gibt es ganz billig und klassisch Cornflakes. Benni-Polizio. Ja, so ist es gut. Die Sonne kommt. Juhu. Setz dich durch. Wir wollen dich haben. Wolken sehen voll cool aus. Halt, warte. Du nimmst den und ich nehm den. Keine Lust. Auf was? Auf Arbeit. Ah. Verstehe ich. Tja, Leo heult schon um mich. Ja. Leo, wir gehen jetzt Gassi. Der Benni geht arbeiten und wir gehen Gassi. High five. Und danach weiß ich nicht, was wir tun. Einkaufen. Yay. Bis in drei Stunden. Super bringt man gern sein Wochenende. Bis in drei Stunden. Tschüss. Komm heil wieder. Du auch. Ja, klar. So, wenn Xarok arbeiten ist, gehe ich mit den Hunden Gassi. Ich habe einen Schuhabdruck gefunden. So. Ich kann jetzt mitnehmen. Aber dann ist da eine Lücke. Bring mal ihn wieder hin. So. Jo, fein. So, wir sind wieder zu Hause. Wie hat es euch gefallen, Amy? Wie war es? Leo, wie war es? Ja? Ja, wer hat denn da Hunger bekommen an der frischen Luft? Schmeckt dein Frühstück jetzt besser, Leo? Schmeckt es jetzt? Sieht so aus. So, dann beseitigen wir mal das Chaos, das sich unter der Woche immer so ansammelt. So, dann bis badge. So, während Robert jetzt seine Arbeit macht, gehe ich mal gucken, was wir zu essen brauchen bzw. einkaufen müssen. Ein paar Sachen sind klar. Milch ist nur noch hier ein bisschen da. Butter ist nicht mehr so viel da. Dazu ein Brot. Das ist schon mal klar, aber was wollen wir essen? Keine Ahnung. Mal gucken. Gut. Was gefunden. Willkommen zurück. Ja. Bist du fertig? Ja. Ja. Sehr gut. Schlag ein. Dann hast du morgen nichts mehr zu tun. Du hast es geschafft. Ja, Gott sei Dank. Oh, wo bist du hin? Oh Gott. So schlimm? Ja, war schon viel und schwer. Okay. Dann, was hältst du davon, wenn du dich jetzt ausruhen darfst, indem du den Vlog schneidest und dann gehen wir einkaufen. Es tut mir leid. So, das machen wir. Achso, ja, dann ist ja Ende mit dem Vlog erstmal, oder? Ja, genau. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es der freiste Like leistet worden. Nee. 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 Tschüss.